Dr. Pritzinger ist heute hier. Die KV&C-EV-Tests im neuen Pott. Wunderschönes Tier. Er hat etwa ein sehr, sehr schönes Weiß, fantastisches Tier. Weibchen, Stoß, schöner Fisch. Der Kutschako hat hier eine sehr interessante Kopfzeichnung. Er hat jetzt ein schönes individuelles Tier. Habt ihr da auch schon eine Interessen dafür? Bald, glaube ich.